Die Sonderegger Kranservice GmbH aus Lauterach etablierte sich in kurzer Zeit in ganz Vorarlberg als eines der wichtigsten Kompetenzzentren für Krane, Baumaschinen und Co. Der Komplettdienstleister verkauft, vermietet, montiert und prüft Turmdrehkrane und repariert Baugeräte sowie Baumaschinen aller Art. Die Montage von Kränen vor Ort kann eine heikle Angelegenheit sein. Gut, dass die Profis um Sascha Sonderegger mit jahrelanger Erfahrung und unerreichtem Know-how für ihre Kunden im Einsatz sind und kompromisslose Leistung bringen. Neben Turmdrehkranen vom renommierten Hersteller Potein bietet die Firma Sonderegger ihren begeisterten Kunden aus dem In- und Ausland Gölz Baugeräte und Leica Vermessungsgeräte. Natürlich gehören auch Betonrüttler, Schmutzwasserpumpen, Baustromverteiler sowie allgemeine Baugeräte zum Angebot. Kranservice Sonderegger – verlässlich, pünktlich und von allerhöchster Qualität. www.kranservice.at